Der Prolog von Ochrid vom 12. Dezember Gedenken Der heilige Spiridon, der Wundertäter, Bischof von Trimitus Die Insel Zypern war sowohl die Geburtsstätte des heiligen Spiridon, als auch der Ort, an dem dieser herrliche Heilige der Kirche diente. Spiridons Eltern waren einfache Bauern, und er blieb in Einfachheit und Demut bis zu seinem Tod. In seiner Jugend heiratete er und hatte Kinder, doch als seine Frau starb, widmete er sich völlig dem Dienst Gottes. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Frömmigkeit wurde er zum Bischof der Stadt Trimitus gewählt. Doch sogar als Bischof änderte er seine einfache Lebensweise nicht, versorgte seine Herde und bebaute sein Land selbst. Er verwendete sehr wenig von den Früchten seiner Mühen für sich, stattdessen verteilte er den größeren Teil an die Armen. Er bewirkte durch Gottes Kraft große Wunder. So ließ er in einer Dürrezeit Regen fallen, hielt den Wasserstrom eines Flusses zurück, ließ mehrere Tote ins Leben zurückkehren, heilte Kaiser Konstantius von schwerer Krankheit, sah und hörte Engel Gottes, sah zukünftige Ereignisse voraus, enthüllte die Geheimnisse der Herzen der Menschen, bekehrte viele zum wahren Glauben und vieles mehr. Er nahm Teil am ersten ökumenischen Konzil in Ikea 325 und er brachte viele Heretiker durch seine einfachen und klaren Darlegungen des Glaubens und seinem machtvollen Wunder zur Orthodoxie zurück. Er war so einfach gekleidet, dass ihn einmal, als er den Kaiserhof auf Einladung des Kaisers betreten wollte, ein Soldat, der ihn für einen Bettler hielt, ins Gesicht schlug. Sanftmütig und arglos hielt ihm Spiridon auch die andere Wange hin. Er verherrlichte Gott durch viele Wunder und war nicht nur für einzelne Menschen, sondern für die ganze Kirche Gottes von großem Nutzen. Er entschlief im Herrn im Jahr 348. Seine wundertätigen Reliquien ruhen auf der Insel Corfu und auch heute noch verherrlichen sie Gott durch viele Wunder. Der heilige Hieromäer-Türer Alexander, Patriarch von Jerusalem Zuerst war Alexander Bischof von Kabadokien, doch während der Verfolgung unter Severus im Jahr 203 wurde er ins Gefängnis geworfen und dann verbannt. Danach nahm er den Patriarchenthron von Jerusalem ein. Er gründete die berühmte Bibliothek von Jerusalem, die Eusebius benutzte, als er seine Kirchengeschichte schrieb. Er wurde unter Dezius auf verschiedene Weise gefoltert und wilden Tieren vorgeworfen. Er blieb unversehrt. Schließlich wurde er in den Kerker geworfen, wo er sein irdisches Leben beendete und im Jahr 251 zum Herrn entschlief. Der heilige Märtyrer Sinesius Als junger Leser in einer Kirche in Rom verkündete er freimütig den Glauben an Christus und tadelte die Götzendiener. Dafür wurde er gematert und enthauptet während der Herrschaft des Kaisers Aurelian. Lobeshymne Der heilige Spiridon, Bischof von Trimithus Stern von Zypern und Leuchte der Kirche Heiliger Spiridon, Verteidiger des Glaubens Schlicht wie ein Kind unschuldiger als sein Kind In seiner Einfachheit leuchtet er auf die Welt Was bedarf es vieler Worte, wenn man die Wahrheit spricht? Äußerst einfach ist Gottes Wahrheit Der Schöpfer ist einer in der heiligen Dreiheit In der Dreiheit Vater, Sohn und Geist Der Sohn stieg hinab auf die sündige Erde Und empfing Fleisch aus der reinen Jungfrau Um die Menschen zu retten, denn er ist der Menschenliebende Er vollbrachte viele Wunder durch göttliche Kraft, denn er ist allmächtig Der Menschheit gab er ein neues Gebot Das Gebot der Liebe und das Gebot des Glaubens Verherrlicht sitzt er nun im Himmel und sammelt die Frucht seiner Mühe Die süße Frucht seiner Mühe sind heilige Männer und heilige Frauen Er ist der Fels der Rettung der Menschheit Außerhalb dieses Felsens gibt es keine Rettung O Spiridon, O Erleuchter, O Soldat Christi, bete für uns Betrachtung Nichts wird uns helfen, wenn wir nicht großmütig sind und die menschlichen Schwächen der anderen vergeben Wenn wir anderen nicht vergeben, wie können wir hoffen, dass Gott uns vergeben wird? Der heilige Spiridon verkaufte einmal einem Händler 100 Ziegen und sagte ihm, er solle das Geld abzählen Der Händler wusste, dass Spiridon niemals selbst das Geld abzählte und übergab ihm den Betrag für 99 Ziegen Wobei er das Geld für die 100. einbehielt Spiridon suchte dann 100 Ziegen für ihn aus Doch als der Händler und sein Gehilfe begannen sie fortzutreiben Kehrte eine von ihnen meckernd zurück Sie wurde wieder fortgetrieben und kehrte abermals zurück Der heilige flüsterte dann ins Ohr des Händlers Du weißt, mein Sohn, dieses Tier verhält sich nicht ohne Grund so Hast du vielleicht den Betrag einbehalten? Der Händler war beschämt und bekannte seine Sünde Und sofort nachdem er den vollen Betrag gezahlt hatte Machte sich die Ziege auf den Weg und gesellte sich zum Rest der Herde Ein andermal kamen einige Diebe auf Spiridons Weide Nachdem sie so viele Böcke wie möglich an die Leine genommen hatten Versuchten sie mit ihrem Raub das Feld zu verlassen Doch eine unsichtbare Macht fesselte sie an den Boden Und sie konnten sich nicht von der Stelle bewegen Als der Bischof im Morgengrauen zu seiner Herde kam und die Diebe sah Tadelte er sie mild und sagte ihnen Sie sollten in Zukunft versuchen, von ihrer eigenen Arbeit zu leben Und nicht vom Diebstahl Er fing dann einen Bock ein und gab ihn ihnen Wobei er sagte Nehmt diesen, damit eure Not und eure Nachtwache nicht vergeblich war Und er schickte sie in Frieden fort Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Noah zwei seiner Söhne segnete Doch den einen verfluchte Genesis Kapitel 9 Wie Ham die Blöße seines Vaters aufdeckte Doch Sam und Japheth sie bedeckten Wie Noah einen Segen sprach über Sam und Japheth Doch einen Fluch über die Abkömmlinge von Ham Homilie über Melchizedek Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedeks Psalm 109 Vers 4 und Hebräer Kapitel 7 O wie viele verborgene und treue Diener hat doch der Herr, die ihm Tag und Nacht dienen O wie viele leuchtende Kometen, die über den Sternen übersehten Himmel ziehen Können Menschen sehen, bevor sie verblassen und in der Weite des Universums verschwinden Ein Augenblick, in dem sie gesichtet wurden und wieder verschwanden Der gerechte Abraham ist mit seinen Nachkommen wie der vertraute Sternenhimmel über unseren Köpfen Doch Melchizedek ist wie ein leuchtender Komet Der plötzlich erschien, sich unter den Sternenhimmel herabbeugte Und dann wieder im Unbekannten verschwand Wer ist dieser Melchizedek? König von Salem, Priester des höchsten Gottes Genesis Kapitel 14 Vers 18 Er brachte Abraham Brot und Wein Er segnete Abraham Und dieser gab ihm den Zehnten von allem, was er hatte Abraham war hoch gesegnet von Gott Doch wie viel gesegneter noch ist jener, welcher Abraham segnet O unbegreifliche Tiefen des Vorauswissens Gottes Die Gedanken eines Menschen können sich vom heutigen auf den morgigen Tag erstrecken Doch der Gedanke Gottes dringt hindurch bis zum Ende der Zeit Gemäß der Worte des heiligen Apostels Paulus, Hebräer Kapitel 7 Stellte Melchizedek eine Vorabbildung unseres Herrn Jesus Christus selbst dar Abraham war ein wundervoller und göttlicher Bauer Doch Melchizedek war sowohl Priester als auch König wie unser Herr selbst Melchizedek brachte Abraham Brot und Wein Und der Herr bietet dem ganzen Menschengeschlecht seinen Leib und sein Blut dar Abraham verbeugte sich vor Melchizedek und gab ihm seinen freiwilligen Tribut Abrahams treue Abkömmlinge, die Christen, verbeugen sich vor dem Herrn und bringen ihm willig Opfer und Dank dar Dank für seine Gabe, die Gabe seines Leibes und Blutes am Kreuz Denn wer kann zu seinen Zeitgenossen sagen Und das bezieht sich auf Christus genauso wie auf Melchizedek Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte Johannes 8, Vers 56 So sprach der Herr zu den Hebräern Wie sah er ihn? In seinem Geist Gott offenbarte es ihm und er sah die Vorabbildung Christi den ruhmreichen Melchizedek, den König und Priester und Diener des höchsten Gottes O Herr Jesus, segne uns, wie du deinen treuen Diener Melchizedek und Abraham gesegnet hast Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit Amin